Ich habe gestern den Stream ausgemacht und bin nicht direkt ins Bett gegangen. Nach dem Stream habe ich mein Zimmer aufgemacht! Guck dich das an! Holy Shit! Snap mich Boss! Snap mich Boss! Jetzt VR? Nee! Dauert noch, aber ich muss noch mehr aufräumen. Der Stau, der Dreck und so ist noch da. Nein, ich finde das hunderval besser aus. Man kann jetzt auch hier so laufen normal.